Guten Abend liebe Leute, es ist Zeit für die Ergebnisse, denn es ist Sonntag, die Woche ist schon wieder rum. Wir gucken rein, Woche 41, 10. bis 16. Oktober und wir fangen an mit der Replay-Liga. 16 ist immer noch fertig, 15 gab es keine Spiele, 14 gab es keine Spiele, beziehungsweise es gab keine Casts. In Nummer 13, da haben wir ein paar Ergebnisse und zwar Güffel gewinnt 2-0 gegen Roli, Chris 2 gewinnt 2-1 gegen Madman und Raghi gewinnt 2-1 gegen Würmchen. Die Tabelle damit nach dem dritten Spieltag, beziehungsweise ein Nachholspiel ist noch zwischen Güffel und Würmchen offen. Aber Güffel im Moment erster, dann Raghi, Würmchen, Madman, Roli und Chris 2 aktuell noch letzter Platz. In Liga 12, Xung 2-0 gegen Puyo, Lucky Luke 2-1 gegen Pilz, Xech 2-0 gegen Elektroregel und die Tabelle nach dem vierten Spieltag, ein Spieltag also noch, der hier zu spielen ist. Lucky Luke ist erster, dann kommen Xech und Xung, die beiden mit Win-Loss gleich auf jeden Fall. Pilz mit 2-2 so in der Mitte, kann nicht mehr wirklich nach unten, kann nicht mehr wirklich nach oben. Mal gucken, vielleicht, obwohl so ein bisschen vielleicht, je nachdem wie die Ergebnisse am Schluss sind. Aber unten wird es auf jeden Fall ein Spiel darum geben, wer 5-0 und 6-ter wird. Puyo und Elektroregel, beide 0-4 und am letzten Spieltag gegeneinander dran. In Liga Nummer 11 haben wir Zyriak mit dem 2-0 gegen Hanson oder Hanson. Tial gewinnt 2-0 gegen Ray-Vareble und ja, Blies holt den Free-Win. Blies war glaube ich letzte Woche schon als Meister-Safe, aber jetzt haben wir auch Tial auf Platz 2, Zyriak auf 3, Hanson auf 4, Ray-Vareble auf der 5. Und wir sehen auch hier, sehr, sehr knapp beieinander. Dieser direkter Vergleich zwischen Tial und Zyriak regelt da den zweiten Platz für Tial und ja, alle drei sind da 3-2. In Liga Nummer 10 gab es einen Spieltag und zwar mit Mogo im Duell der Random-Spieler hier mit einem 2-0 gegen Danishu. Das TVT ging dann an Nighthawk, 2-1 gegen Mukitos und Mint Crystal gewinnt gegen Guto hier das Spiel mit 2-0. Und ja, Tabelle aktuell, Nighthawk, 3-0 vorne, dann Mint Crystal, Guto, Mogo, Mukitos und Danishu im Moment noch nicht ganz so erfolgreich. In Liga Nummer 9, zwei Spieltage gerade frisch gecastet und zwar Fendrak mit einem 2-0 gegen Lelis und Riegel mit einem 2-0 gegen Phoenix. In Spieltag Nummer 4 gab es einen 2-0 von LeComplete gegen Phoenix und Riegel gewinnt 2-0 gegen Lelis. Aktuelle Tabelle haben wir da mit LeComplete auf Platz 1, 4-0, dann kommt Riegel mit dem zweiten Platz, Fenrak mit dem dritten, beide stehen 3-1. Dann kommt Lelis, der schon alle seine Spiele durch hat, also am letzten Spieltag seinen Win gegen Happy, der leider raus ist, dann geholt hat, indirekt jetzt schon. Und Phoenix mit 1-3 im Moment fünfter kann sich da aber, wie wir die Tabellen sehen, die Farbe ist noch nicht da. Das heißt, mit einem Sieg könnte er sich noch wieder nach oben spielen. Und dann gehen wir weiter in Liga Nummer 8. Auch hier letzter Spieltag gecastet, der Meister steht fest, Herold holt in 2-0 gegen Andi und damit den ersten Platz, also schon wieder Meister der gute Herold. Gruben Hubert unterliegt 1-2 gegen Lulu und damit Lulu gerade noch auf den vierten Platz gekommen. Gruben Hubert fällt auf Platz 5 und ja, Jiddu hatte spielfrei, hat den Def-Win gegen Gartensack hier geholt in der letzten Woche und bleibt auf Platz 3. In Liga 7 wurde nichts gecastet, in Liga Sommer 6, das TVT zwischen Käsebrot und Warner geht 2-1 für Käsebrot aus, Panzerfahrer holt ein 2-0 gegen Tavi und Mr. Kennens holt ein 2-0 im PvP gegen Zane. Panzerfahrer aktuell Erster, Tavi Zweiter, Mr. Kennens Dritter, alle drei stehen 2-1 und in der unteren Hälfte stehen alle 1-2, Warner auf 4, Zane auf 5 und Käsebrot ebenfalls auf der 5 offiziell hier, gleicher U-Noss und gleicher Map-Score. Dann keine Spiele hier, keine Spiele da, aber in Liga Nummer 3 gibt es ein paar Ergebnisse und zwar Saver gewinnt 2-1 gegen Finant, wir haben Tralabob mit einem 2-1 gegen Bernie, Alec gewinnt 2-1 gegen Käsekuchen und Seth gewinnt 2-0 gegen Dystopia. Tabelle, Tralabob, der glaube ich auch Ambitionen hat hier oben mitzuspielen, der ist Erster, Finant auf 2, dann Seth auf der 3, schlägt sich hier wieder sehr gut, mal gucken, ob er wieder als der Spieler mit einem vielleicht niedrigeren MMR im Vergleich zu den anderen doch irgendwie sich da oben festsetzen kann. Seth auf der 4, Bernie auf 5, Käsekuchen 6 und Alec und Dystopia dann auf den unteren Plätzen. In Liga Nummer 2 gab es einen Venture-Sieg, 2-0 gegen Ursi, Jumanji 2-1 gegen No Mercy, Varys 2-1 gegen Luke und dann haben wir noch Zagrash mit 2-0 gegen Roost. Die Tabelle im Moment vorne, 2 Potas, die glaube ich auch viele immer mal wieder gerne vorne sehen und zwar Venture und Zagrash, beide 3-0. Dann kommen Jumanji und Varys mit jeweils 2-1, No Mercy und Roost mit 1-2 und unten sind noch Luke und Ursi ohne Series-Win. Und in Liga Nummer 1 gab es erst den zweiten Spieltag, aber da geht es morgen dann weiter mit den Casts und zwar gibt es hier Raygun mit einem 2-0 gegen Jonhardt, Frisk mit einem 2-0 gegen Serakis, Hateme 2-1 gegen Sun und Winkel 2-0 gegen Sharkripper. Tabelle aktuell nach zwei Spieltagen, ja relativ ausgewogen noch, 2-0 Hateme 2-0, Frisk die beiden auf 1-2, dann kommen Raygun, Winkel, Jonhardt und Serakis mit 1-2-1 und die beiden Terrence aktuell noch auf den unteren beiden Plätzen. Und dann gehen wir in die restlichen Turniere rein, ESL Open Cup Nummer 144, Hero Marine unterliegt im Finale gegen Rayna, 3-2, dann haben wir sonst noch dabei Battle B in der Run of 16 raus gegen Geralt und sonst haben wir noch vor Yumi Run of 32 gegen Rayl verloren und das war's für hier. Dann, Dreamhack, ja, haben wir glaube ich alle geguckt, gerade vorbei, Showtime hier auf dem, ich glaube vierten Platz müsste es sein, 2, 3, 4, ja, vierter Platz Showtime, Hero Marine in den Lower Bracket Quarter Finals raus, Lambo hier vorne in Runde 2 des Lower Brackets raus und Kung Fu Banda war hier, genau, da ging Showtime raus, Lower Bracket Runde 3. Dann gibt's die World Team League, da haben wir Lambo zweimal dabei mit Shopify Rebellion, einmal konnte er nicht so erfolgreich spielen, 0-2 gegen Cem und im zweiten Spiel aber dann hat er gewonnen, 2-0 gegen Koffi. CSO Cup Nummer 50, Foyumi war dabei, Foyumi ist Vierter geworden im Third Place Match unterliegen gegen Mindel, vorher gegen Christiana verloren und gegen Gio Mech gewonnen. Dann, ganz neu dabei wurde mir auch gesagt, die Nations League Season 1, also diese Diamond Nations League ist das glaube ich offiziell, oder hieß sie mal. Und zwar, Deutschland-Argentinien, GFG gewinnt 2-0 gegen No Mercy, den argentinischen Terraner hier offensichtlich, also den gibt's nicht nur bei uns. Dann Mech holten 1-1 gegen Legacy und Guben Hubbard holten 1-1 gegen Bebsito und damit ist das ein 4-2-Sieg für Deutschland. Und dann haben wir noch Deutschland gegen Belarus mit Bliesk, der 2-0 gewinnt, gegen Rock'n'Roll, Mech gewinnt 2-0 gegen Mihanuit und Paloma unterliegt 0-2 gegen Wolfi. Und ja, in der Tabelle aktuell sieht's auch ganz nice aus, 2-0 nach zwei Spielen und Deutschland aktuell Erster. Dann noch kurz in die Team-Ligen rein und zwar die Berserker Team League Viking Division. Da gibt's unter anderem Frankfurt E-Sports, die haben 0-3 dieses Mal verloren leider und es gibt Zentex, auch die 0-3 verloren gegen die Platinum Heroes. Zentex aktuell auf dem letzten und Frankfurt E-Sports auf dem vorletzten Platz. Mal sehen, was da noch so geht, ob die sich noch ein bisschen weiter hochkämpfen können. In der zweiten Division von den Vikings gibt's Team Phoenix, die gewinnen 3-1 diese Woche und sind aktuell damit auf dem zweiten Platz. Also mal gucken, was da so geht, die vielleicht eher so ein bisschen Richtung Playoff am Gucken sind. Dann haben wir die Loki, ja wie heißt es, Division. Da hat Team Phoenix mit einem 1-3 gegen die Angel Wings, haben also leider hier nicht gewonnen. Team Phoenix aber immer noch auf dem dritten Platz mit 2-2. Dann sind wir am Ende für diese Woche und wie immer, wenn ihr mehr Ergebnisse habt, wenn ihr mehr Turniere habt, wo Leute aus Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Bereich spielen, dann immer gerne her damit. Es gibt im Discord den Kanal Ergebnisse, da könnt ihr alles reinposten und dann wird's nächste Woche erzählt. Und dann war's das für jetzt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Kommt gut in die nächste Woche, Leute. Lasst euch nicht so doll ärgern und haut rein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht.